Also wir haben jetzt gesehen, das ist der neue 5-Star-Charakter, unser Ito. Ito ist natürlich ein Zweihänder, Geo-DPS, wer hätte das gedacht? Mit dem Angreifen bekommt ihr Superstrength, also die Superkraft. Wie viele Stacks haben sie jetzt bisher noch nicht gesagt. Was aber sehr auffällig ist, dass Ito nicht gecancelt werden kann. Also ein wirklich gravierender Unterschied zu allen Claymore-Usern vorher ist, dass die Attack-Chain nicht gecancelt werden kann. Das heißt also, wenn ihr vorher sagt, ihr macht immer nur den ersten Schlag und dasht dann oder macht einen Skill, dann ist der nächste sozusagen wieder der erste Schlag. Und wieder der erste Schlag. Wenn ihr sozusagen jetzt Ito spielt, dann macht ihr den ersten Schlag, dann rennt ihr oder was auch immer und dann macht ihr den zweiten Schlag. Das heißt, die Rotation der Attack-Chain wird immer wieder weitergeführt. Das heißt, sie geht immer von 1 bis 4, von 1 bis 4, von 1 bis 4, egal was ihr dazwischen macht. Das kann ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, je nachdem wie lang die Frame-Zeiten der einzelnen Schläge sind. Und wenn ihr genau mal drauf achtet, jetzt werdet ihr sehen, die Frame-Zeit des vierten Schlages ist länger als der Rest. Könnte problematisch werden, müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Und das ist wahrscheinlich, hängt das mit der Stacking-Mechanik dieser Superkraft dazu, die dazu führt, dass er schneller und stärker angreift. Da sie das so gemacht haben, ist es halt aber auch, also seht ihr das? Er schlägt dreimal normal zu und dann macht er diese Jump-Attack. Genau, also hier seht ihr, Ito macht im letzten Angriff einen Jump-Attack. Und diese Jump-Attack, wie gesagt, ist nicht cancelbar, ihr müsst die also machen. Also, wenn ihr angreift Stacks aufbaut, die ihr wieder bei Charge-Attacks konsumieren könnt, wenn ihr genug aufgebraucht habt, dann wird nochmal ein Zusatzangriff gemacht. Ob das jetzt der fancy leuchtende ist, das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Das müssen wir auf jeden Fall im Test-Round mal verifizieren. Also es ist ein bisschen strange. Und das heißt, dieser Charakter, ganz ganz wichtig, ist nichts für eine Quick-Swap-Kombination. Wer gerne Quick-Swap spielt, skip. Wer gerne Charaktere wie Chow, Razor, Eula spielt, die on-field sind und wirklich immer nicht so gerne tauscht, sondern mit einem, der viel Damage macht und auf dem Feld sein kann, der ist auch tanky, weil der hat viel Verteidigung. Das ist halt so ein Tank-Hau-Druf-Kombination. Trau-Druf-Style, also das ist wirklich was für Leute, die gerne Damage mit einem Charakter, möglichst viel und drauf und die Frise sitzt, genau. Wir haben einen Selfish-Main-DPS, wahrscheinlich mit hohem Stacking-Potenzial seines Damages und einer Kuh. Ja, die Kuh sieht irgendwie cool aus, weil das ist so eine Techno-Kuh. Die wackelt die ganze Zeit mit dem Kopf. Meme machen. Also ihr habt natürlich jetzt hier mit dem neuen, also er hat gerade gesagt, er kriegt ein Talent, bei dem die ganze Resistance steigt, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass er in seiner Attack-Chain nicht unterbrochen werden kann. Und die Attacks werden schneller, weil das Hauptproblem bei Claymore-Charakteren ist natürlich immer die Angriffsgeschwindigkeit. Also, dementsprechend wäre das schon interessant. Aber ihr wisst halt, er braucht Anlaufzeit, bis er funktioniert. Und der nächste Punkt, den wir uns fragen sollten, diese Stacks, die aufgebaut werden, verliert Ito diese Stacks, sobald er wechselt, umso schwieriger wird es dann natürlich zu timen, dass man sagt, zum Beispiel mit Goro dann später oder mit Albedo, wie man die beiden dann zusammen funktionieren lässt. Von der, ja, von der ganzen Rotationsgeschwindigkeit und auch vom Wechsel. Und Passi, weil ich bin da voll bei dir, wie bei Razer. Weil Razer ist es auch so, dass erstens mal Razer die Stacks für seine Aufladerate auch nur on-field hat und verliert beim Wechsel und bei der Ultimate schneller zuhaut. Aber das ist jetzt noch nicht mehr der Ultimate-Stand, er haut auch so schneller zu. Also, Ito ist es jetzt so, er haut nicht nur in seiner Ultimate schneller zu, sondern er haut mit der on-field time sozusagen. Umso mehr er haut, umso schneller wird er. Also sagen wir, steigert sich sozusagen in das Hauen rein. Und umso länger er da ist, umso mehr er hauen darf, umso effizienter und effektiver wird er eigentlich. Weil er bekommt Angriffsgeschwindigkeit, er bekommt Resistance und dann auch nochmal die Möglichkeit, wenn er diese Stacks aufbraucht, einen fetten Schlag zu machen, der dann vielleicht auch one-hittet. Das wissen wir noch nicht, wir kennen die Faktoren ja noch nicht. Und wir gucken auf jeden Fall wieder an dem Donnerstag nach seinem Release wieder rein in die Zahlen. Also mittwochs immer der Test-Tag und dann Donnerstag der Berechentag. Also ihr wisst Bescheid, nach seinem Banner-Release der Donnerstag, Ito Calculations. Gut, jetzt könnt ihr nochmal rätseln, ist das ein Dach oder ist das ein Buch? Scharlatan sagt Buch. Was mich ein bisschen aber an dem Ganzen irritiert, das hat so trotzdem was von so einem Samurai-Haus. Ist ein kleiner Stier, ja ein Stier ist auch eine Kuh. In männlich. Ein Rindvieh. Oh danke. Das ist ein Burger und das obendrauf ist ein Patty. Okay. Also ich würde sagen, es ist Techno-Schildkröte. Dieses Rindvieh macht Geodamage und ist ein Geokonstrukt. Was wir jetzt wieder beachten müssen, wir gehen ja wieder tiefer in die Analyse rein. Also, Ito ist ein Geokarakter. Der Geokarakter natürlich dann auch mag in seinem Team, allein wegen dem doppelten Bonus. Also allein wegen der Shield-Strength, die erhöht wird und dem Damage-Bonus. Das heißt, wir paaren, wir paaren Ito mit einem weiteren Geokarakter, zum Beispiel Noël. Die zwar keinen Sinn macht, aber wir sagen mal mit Zhongli, mit Albedo oder mit Goro, der noch kommt. Das heißt also, wir haben einen Geokonstrukt Bullen. Goro hat wahrscheinlich auch ein Geokonstrukt. Zhongli hat, wenn es C1 ist, zwei Geokonstrukte. Das heißt, ein Geokonstrukt wird immer verschwinden. Und wenn ihr dann noch Albedo mit reinhaut, dann haben wir ein Problem. Das nennt sich zu viele Geokonstrukte. Das Limit der Geokonstrukte ist bei drei. Und wenn ihr mehr als drei Geokonstrukte baut, dann fliegt das erste, was gebaut wurde, weg. Außer der Geotraveler hat eine Sonderfunktion, weil seine Ultimate zählt zwar als Geokonstrukt, aber nicht in den Pool der Geokonstrukte. Also, da ist das Maximum der drei zum Glück nicht drin. Das heißt, der Geotraveler, die Geotraveler Ultimate würde nicht die Plätze der Geokonstrukte drin. Also, es kann im bestimmten Fall halt passieren, dass ihr zum Beispiel Zhongli nehmt. Ihr habt den C1, zwei Stählen baut. Ne, sag mal, ihr fangt mit Albedo an, pflanzt die Blume. Dann baut ihr zwei Stählen mit Zhongli und dann setzt ihr die Kuh und dann fliegt euch das Blümchen von Albedo gerade wieder vom Feld. Und das ist halt sowas, wo ich aktuell ein bisschen... Oder der Ning-Schirm fliegt weg. Ja, also irgendwas fliegt weg, wenn ihr zu viel habt. Also, das ist sowas, wo ich gerade noch nicht sicher bin, ob das dann sinnvoll ist oder ob sie das noch mit dem Update ändern, die Anzahl der Geokonstrukte. Weil das ist wirklich was, wo ich schon sehe, dass Ito eigentlich eine Mono-Geokombination am liebsten hat. Aber durch die Anzahl der Geokonstrukte, ich weiß jetzt auch nicht... Wir müssen gleich bei Goro nochmal genau gucken, was... Ob die Alte mit als Geokonstrukt zählt, ob das Schirmchen als Geokonstrukt... Also das Schirmchen, das Fähnchen als Geokonstrukt zählt. Das wird auf jeden Fall grenzwertig. Es ist natürlich extra so, dass man nicht übertreibt. Auf der anderen Seite... Also mit Zhongli wäre dann natürlich nochmal ein indirekter Buff für Zhongli, wenn die Geokonstrukte erhöht würden. Weil man könnte dann mit C1 Zhongli mit zwei Pillern und vielleicht, sagen wir mal, fünf Geokonstrukten extrem krass noch den mit Traveller und hier der Kuhu total krassen Schaden machen. Wo ich aber auch kein Problem mit hätte. Ito wird von Bennett nicht so viel profitieren. Ito profitiert mehr mit Verteidigung in seiner Alte mit wie Noel. Noel profitiert aber so, glaube ich, noch besser von Bennett als Ito. Also es wird sehr, sehr spannend werden, weil alles aktuell darauf hindeutet, dass Ito eher in den Bereich geht, dass Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung gebufft werden sollte. Und Bennett zwar einen kleinen Prozentsatz mit der Basis-Attack-Erhöhung sozusagen beitragen würde, aber einfach im Verhältnis nicht so krass ist, wie wenn man Bennett einfach zu Zhongli packt. Ushi heißt der kleine Süße. Die Ushi, die Ushi, die liebe kleine Ushi hat eigentlich das gleiche wie jetzt Ganyos Blümchen, nur dass sie fancy mit dem Kopf wackelt. Und Ushi zieht die Angriffe auf sich. Er wird, wenn das Leben aufhört, auch verschwinden. Ushi also grants Ito one stack of superlative Superstrengths when it takes damage and when it leaves. Genau, also wir kriegen hier nochmal Stacks dazu. Jetzt kommt die Alte mit. Royal Descent, behold Ito the evil. Ito lets his inner raging Oni King emerge, using his Oni King's Kanabo in battle. Yeah, you see that Macy's swinging? During this state, Ito's normal, charged and plunging attacks will be converted to Geodamage. Also hier seht ihr halt die Noelle. Wie soll ich das jetzt sagen? Also das ist eine fancy Noelle. Also Ito in seinem Ultimate State konvertiert zu Geo wie Noelle. Aber was ich hier sagen will, ist natürlich Noelle ist im Vergleich zu Ito wahrscheinlich schwächer. Aber Noelle hat mehr Utility. Ito hat bisher das Schild nur von Crystallize und er hat kein Heal. Das heißt, er müsste auf jeden Fall immens mehr Damage machen als Noelle, dass sich das Ziehen von ihm lohnt. Und das ist ganz, ganz wichtig für alle, die jetzt unabhängig vom Design ihn ziehen wollen, sondern als Main DPS. Er ist für mich aktuell, deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob ich ihn pulle oder nicht. Für mich aktuell eher uninteressant, durch seine sehr starke Bedürfnis auf dem Feld zu sein. Und auch im Vergleich zu Noelle hat er weniger Utility. Also wir gehen auf jeden Fall die Zahlen durch. Und wir gucken uns die beiden von den Damage-Multiplikatoren nochmal an. Und das, was ich aktuell, wie gesagt, so sehe, ist, das ist, klar, vom neuen Set wird Noelle übrigens nicht ganz so viel profitieren. Da profitiert er mehr, weil Noelle ein Snapshotting hat. Aber da gehen wir, wenn wir die Sets draußen sind, nochmal rein. Er wird mehr Damage machen, das muss er auch, weil sonst ist er es nicht wert. Also ganz, ganz wichtig, wenn er nicht mehr Damage macht als Noelle oder nicht viel mehr, dann ist er eure Puls nicht wert, außer ihr liebt sein Design. Wie gesagt, Design over alles andere, wisst ihr ja. Und spiel, wenn ihr ihn gerne spielt und das Design geil findet, dann ist es egal, wie schlecht er ist, weil das ist Liebe. Das ist einer der Charaktere, wo ich aktuell sagen würde, den müssen wir durchtesten, bis zum geht nicht mehr, weil sonst wird es schwierig. Also ich möchte euch auf keinen Fall ein Charakter empfehlen. Ihr wisst, was ich meine. Dass ihr am Ende sagt, oh Gott, was hast du mir da angetan? Da bin ich gespannt auf die Berechnungen und ich glaube sogar, dass jeder, der Noelle jetzt schon gebaut hat, vielleicht sogar von der Waffe richtig, richtig gut profitiert. Wichtiger Punkt, Itos Ultimate kann nicht überschrieben werden. Und das heißt natürlich auch, ihr könnt ihn mit Chongyun und mit Benet C6 spielen, es ist ihm egal. Die Superstrength, also die Superkraft, wird immer wieder gestackt von allen möglichen Kribbles. Das heißt also, wie gesagt, diese Stacks sind für Ito essentiell. Ihr braucht die, um diese Charter Tag zu unleachen und wieder aufbrauchen, aufbauen, aufbrauchen, aufbauen. Für Geschwindigkeiten, fürs Angriff. Also es ist sehr viel mit diesem Stacking zu tun. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er seine Stacks verliert, wenn er wechselt. Also das ist immer sowas, wo ich wirklich sagen würde, es ist ein Selfish Main DPS, den ihr lieben müsst. Also wenn ihr ihn liebt, dann ist es geil, weil dann habt ihr jemanden, mit dem ihr gerne spielt, der gerne da ist. Der letzte Teil gerade, finde ich eher so ein Witz. Also wenn ihr Ito habt, kriegt ihr ein Holz vielleicht mehr, wenn ihr einen Baum schlagt. Genießt das. Ihr kriegt ein Holz mehr. Das müsst ihr jetzt mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Yay! Ein Holz mehr. Und ihr wisst ja, alle zehn Bäume resettet sich der erste Baum. Das heißt, ihr könnt im Kreis laufen, immer zehn Bäume entlang und dann wieder beim vorderen anfangen. Dann könnt ihr endlos viel Dreierholz sammeln ohne Ito. Mit Ito wäre das dann natürlich super effizient. Dann habt ihr vier Holz pro Durchgang. Dann vier Holz anstatt drei. Wir nehmen nicht noch mehr Holz vor der Hütte. Ganz genau. Mehr Holz für euch hier. Holzi, Holzi, Holz. Genau, der braucht das Holz für seinen Kamm. Das heißt, es verschwindet mit der Zeit wieder aus dem Inventar. Also seid vorsichtig. Ich bin für Stringtanga. Gut. Ihr wisst, was der Trend ist, liebe Männer. Also Weihnachten überrascht ihr euren Spiegelbild oder eure Eltern oder eure Partner oder Partnerin mit diesem Outfit. So, jetzt wird es eigentlich, jetzt wird es eigentlich interessant. Und zwar, die Waffe ist für Ito. Ito skaliert mit Verteidigung. Wenn wir jetzt einfach wild spekulieren, ohne auf die Vögelchen zu hören, sondern einfach mal wild spekulieren, dann glauben wir wahrscheinlich, ist das eine Verteidigungswaffe. Oder eine Kritschaden- oder Krittrefferwaffe. Oder eine kombinierte Kritschaden-Verteidigungswaffe. Das lasse ich jetzt eurer Fantasie. Und diese Waffe könnte deshalb endgeil für Noelle sein. Und das ist ja auch, wo ich gesagt habe. Noelle versus Ito. Noelle hat ein Schild und Heilung. Diese Waffe ist halt vielleicht auch schon so krass, dass man Ito, wenn er die, also wir müssen uns genau seine Zahlenwerte dann angucken. Ich habe ja gesagt, sobald er rauskommt, den Donnerstag, da gehen wir Ito durch. Weil Ito hat nur einen Vorteil gegenüber Noelle, wenn er immens stärker ist als sie. Ja, Ito wird safe stärker sein, das glaube ich auch. Es ist halt die Frage, ist Ito im Verhältnis so viel stärker, dass es sich lohnt, das Schild aufzugeben und das Heal aufzugeben? Das ist natürlich eine Designsache. Ich habe euch ja gesagt, Ito wird sehr, sehr selfish. Also er steht einfach im Feld und er möchte gespielt werden. Er möchte seine Stacks aufbauen. Er möchte seine Ultimate benutzen. Und das konkurriert natürlich mit Noelle. Also sie sind ähnlich zueinander. Und natürlich der Vorteil ist, Noelle hat jeder.